zack zack ich weiß es nicht ich geb's ja auf ja was machen wir dann ok so gut war ich noch nie in so einem besiegen das war eher Glück hier waren noch eigentlich zwei ja schade hepp und hepp das war nicht viel Geld ne na egal wir holen uns das das war 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 wieder ein problem weißt du was egal wir gehen einfach und ich hatte noch irgendwas vor was ich schon wieder vergessen habe ähm zum Wurmtypen müssten wir nochmal vielleicht und sonst hatte ich auch noch was anderes vor so noch nicht mehr was da oben dann auch noch irgendwo ein Nest oder so glaube nicht ich weiß ich weiß es nicht ich weiß es nicht so ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr gut ich weiß es nicht mehr was wir holen uns alle wir haben ja mit denen gesprochen wir haben alles auf Band wir bringen uns keine Informationen kenne ich dich schon Are you enjoying your time in allglades ah ja das stimmt ja ja haben wir schon mit mit der haben wir jetzt noch nicht direkt bekannt vor dass wir uns nicht Angst machen sollen weil er verrottet der hat gesagt wer mehr als er aussieht er ist giftig und wir sind stärker als er hier zum Beispiel naja gut oder auch nicht gut was haben wir getan haben wir getan ihnen Ruhe gegeben sie waren auch hier zufrieden aber so 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 oh wirst du Verdammt, kann auch ein bisschen dauern. Team Cherry. Oh. 10 Stunden schon. What? Closer choice. Dann müssen wir unsere böse Taten noch mal vollbringen und ihnen ein weiteres Mal in ihr Leben nehmen und dritten Mal so gesagt. Dann machen wir das. Oh. 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 Okay, ich dachte, da kann man durch. Ich finde, das sieht so aus. Naja. Hüpp, hüpp, hüpp. So, bevor wir nämlich gleich das Elemental öffnen, gehe ich zur Bank. Oh, das hat mehr. Oh, das hat mehr. Oh, das ist schon mal. Nicht, dass noch irgendwas passiert. Oh. Ne, wo war's denn? Da oben ist was, komm, was bringt das? Du wirst die Geschwindigkeit fokussieren, um die Barriere zu heilen. Nice, eigentlich. Wrench and charm created for those who wield the dream nail to collect essence. Allows the Barriere to charge the dream nail faster and collect more so in striking film. Können wir das bei ganz normalen Gegnern machen? Wäre ja interessant, ne? Ähm. Open Gateways, das müssen wir auch nochmal rausfinden, wo es welche gibt dafür. Viele Gegner, ne? Ja, wo wollen wir denn? Irgendwo wollte ich doch noch hin. Wenn Sie die Wahrnein machen? Ich bin nur so schwer. Wenn Sie das gesehen haben. Ich habe Angst, dass ich nur noch die Kräfte herauskriege. Wäre das in der Zwischenzeit? Ich habe Angst vorhin, dass ich die Schlacht rüber жив bin. Ich habe Angst. Ich will noch mal nach Greenpath. Schauen wir uns noch mal komplett da um. Vielleicht können wir mit dem Dream Nail irgendwas erreichen. Wer weiß. Ich nicht. Oh vielleicht hat er was interessantes. I tire so easily now my old legs seem to ache more and more. Still I'm lucky to grow old and all so many. Ok. Rest. Schauen wir mal hier hin. Schauen wir den zu dem See. Ach hier. Raupen. Raupen. Wollt ihr denn Raupen? Machen wir auch noch. Ich muss da auch irgendwo. Wäre das ein Gebiet ohne irgendwas ist glaube ich. Ah ja. Na ja. Soll man das auch in diesen alten Monumenten aber... Also die Dinger, die man lesen kann. Vielleicht... Unveiled, das ist auch irgendwas. Ja, hoch. Ja, übertreibt man nicht, ne? Wir laufen einfach mal random im Pflicht, ne? Oder die da oben können wir uns mal holen, weil... Nur ein Eintrag. Aber den erweitern. Um. Ja, es hat keinen Effekt. Schade. 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 Können wir auch hin. Schade. Ach. Schade. Schade. So. Ja, okay. Dann komm ich gar nicht weiter. Weiß nicht, können wir die damit nur besiegen oder so? Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich Und jetzt? Ja, das war's. Oh. 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 Ach, hier haben wir den Boss von den Dingern besichert. Okay. Ja, was wollen wir machen? Achja, dann gehen wir halt direkt. Mal zu den... ... äh, Raupen. ... 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 Das macht keinen Unterschied. Schade. Wird schon sein können.